Wenn ihr einen Geberit-Unterspülkasten habt und eine Drückerplatte wie wir jetzt hier zum Beispiel, dann könnt ihr diesen Einschub nachrüsten. Damit landen die Klosteine direkt im Spülwasser und man hat diese Körbchen nicht mehr in der Toilette hängen. Man kann es sehr einfach nachrüsten. Schaut doch mal in die Links in der Beschreibung, falls ihr euch das auch kaufen wollt. Wie gesagt, geht nur bei Geberit-Produkten.